willkommen bei einer weiteren folge cinema volante wieder mit dem christian von film mit zum dessert hi christian hallo was geht alter lang ist es her ja nicht so lange bei mir oder ich glaube wir waren zuletzt bei film mit zum dessert und haben über was haben wir denn gesprochen scream ist letztes ja gewesen das ist ja immer so also schon krass oder erinnerungstechnisch wir produzieren einfach so viel und haben so viel zu tun dass wir nicht mehr wissen was wir gemacht haben also bei mir war es das letzte mal die west das weiß ich noch zwei filme das ist auch schon ein bisschen wieder ja irgendwas dazwischen gemacht wir waren bei dir aber du kannst ja wie krass das ist und dann denken die leute auch so schon weg vier war es ja schon weg vier war es toller podcast wer den noch nicht gehört hat bei christian reinziehen filme zum dessert ist natürlich verlinkt und dann denken die leute bestimmt auch die hätten sich mal ruhig vorbereiten können wenigstens das nachgucken waren sie das letzte mal gesehen ja da denke ich immer nicht dran ich denke dann immer so aus welchem jahr ist der film den wir jetzt besprechen und er hätte regie geführt das weiß ich jetzt alles aber so weit habe ich denn nicht gedacht das ist schon mal gut eine gute überleitung wir sprechen heute über peter thorwalds blood and gold ja ich habe blood red sky das sind so namen die würde ich auch mal durcheinander bringen oder tue es auch fast habt ihr besprochen ja du mit christian doch sebastian ja und wir haben es auch also ich war da bei hakan und michael damals noch wir kutschen über filme haben auch drüber gesprochen ich hatte dahin auch gehört und weiß noch du warst nicht so begeistert glaube ich kann das sein das kann gut sein haben ja auch zu zweit geguckt und wir haben echt gelitten als wir den geschaut haben das war ein richtiger scheiß film ich weiß nicht wie kam er denn bei euch an war ihr da ein bisschen positiver gestimmt oder also mir hätte auch überhaupt nicht gefallen den anderen beiden ein bisschen mehr das weiß ich noch die konnten obwohl die eigentlich gar nicht so doch michael vielleicht schon hakan weniger jetzt keine ich will es jetzt mal da nicht komplett rein betten aber so schon eine fans sind unbedingt mit so thematiken und so auch wenn da so ein bisschen dramatriller irgendwie mit eingebunden versucht worden war so wie es immer so typisch ist und sich da auch wieder irgendwie versucht alles rein zu quetschen und nichts richtig kann man auch auf dem film heute wahrscheinlich so ein bisschen ja ich kann ja mal sagen was mein größter kritikpunkt an blood red sky war und mit dem weil die sind sicher auch ein bisschen ähnlich also einfach ich glaube vielleicht können wir auch gleich noch mal auf das restliche peter torwartsche schaffen eingehen weil das ist ja schon eigentlich interessant dass der jetzt beim genre film gelandet ist nachdem er eigentlich so der großmeister der deutschen komödie war in den 90ern mit so einem bang boom bang und was nicht passt wird passend gemacht hast du diesen glorreiche zeiten oder wieder heißt goldene zeiten goldene zeiten habe ich auch gesehen nie geschaut der den habe ich relativ spät gesehen gerade erst vor ein paar jahren und ich habe jetzt nichts erwartet weil ich dachte auch dass anders sind so zwei film gewesen also was passend was nicht passt wird passend gemacht habe ich nicht gesehen nicht die serie nicht im film übrigens die serie ist auch wirklich nicht gut aber und der film gut aber er ist sympathisch also ich mag das ganze konzept spielt ja auf so einer so einer ruhrpott baustelle ja und er spielt auch selber mit das ist eigentlich das größte dilemma so also richtig eine größte rolle auch wenn du sagst ja er spielt die hauptrolle er spielt den den jungen der da auf diese baustelle kommt und also die ganzen ruhrpott gesteine reif richter und wie sie alle heißen die sind halt super lustig das macht schon schon echt spaß und auch so baustellen wo keiner arbeitet das ist irgendwie so typisch deutsch und also so klischee deutsch irgendwie das das funktioniert also das mag ich eigentlich alles ganz gerne müsste man jetzt noch mal gucken wie gut das gealtert ist also ich habe manchmal den eindruck ältere komödien wenn man die noch mal schaut gerade aus deutschland sind so denkt man sich wir hatten ja nichts besseres aber funktionieren dann wirklich nur wenn du damals auch schon gesehen hast du ein bisschen über die nostalgie schiene und erinnerung aber wenn du jetzt noch guckst ich will das auch immer nicht zu laut machen wenn ich dann über die film mache also also ab rante ich habe ja damals bei der serie mitgearbeitet das war mein erstes filmpraktikum drei monate in karl was nicht passend gemacht ja zweite staffel und war auf jeden fall eine erfahrung drei monate ein festmotiv das war so ein rohbau also so eine baustelle die halt extra nur für den film gemacht wurde ja mit so einem halben haus drauf und das war lagerkoller extrem also da wirklich drei monate das waren auch recht immer lange tage fern der heimat mit ein paar anderen praktikanten so eine wohnung geteilt das war schon nicht eine zeit so und irgendwann hatten echt alle lagerkoller nur noch eine klappe nach der anderen eine verrückte zeit keine goldenen zeiten war da auch gar nicht dabei da war da im hintergrund produzent der hat wohl in der ersten ersten staffel noch die das finale gedreht und in der zweiten war der aber auch komplett raus gut das ist dann so ein selbstläufer wahrscheinlich irgendwie nun ja und da hieß es noch da soll noch weitere staffeln kommen dann wurde die aber irgendwie zwei drei jahre gar nicht gesendet und irgendwann zum nachmittags programm am sonntag so einfach so weg weg gehauen und war das gut muss man leider sagen was du nicht hast du dir nicht mühe gegeben als praktikant naja ich sag mal so wenn du als praktikant ein filmset kommst und diese drehbücher liest und denkst dir was zur hölle wurde ich zu dem zeitpunkt mich wirklich noch nicht wirklich intensiv mit mit drehbüchern und so beschäftigt habe ist das schon nicht das beste zeichen so und dann hatten wir halt so wechselnde regie menschen die da mehr oder weniger sich auch im inhalt gekümmert haben die da hier und da noch was gerissen haben aber eigentlich muss man sagen die bücher waren schwach und dann werden auch die folgen schwach also da kann sich jeder auf den kopf stellen also ohne die die substanz und ja da sind wir vielleicht bei kritiken die ich auch bei bei blood red sky anlegen würde vielleicht bei diesem film aber dazu dann gleich mehr aber genau bei blood red sky wollte ich eigentlich noch sagen mein größtes problem ist dass du halt diesen fantastischen pitch hast so vampire gegen terroristen flugzeug und ich höre das nur und denkst du geil es muss ein richtig cooler film sein so stirb langsam im flugzeug mit vampiren so richtig gut und dann deliver der film nicht und das nämlich dem richtig übel muss ich mal so sagen also so einen geilen pitch hat und wenn nichts draus macht das ist echt armselig oh ja also wie gesagt das ist ein problem aber auch wie er dann gemacht ist einmal stellen um diesen rückblenden und diese ganzen ja ein dann auch noch aus diesem kann man spiel rausholen wo man eigentlich so drin ist und so und das auch noch schlechte art und weise und um dann schnell was zu erklären jetzt kann es losgehen und dann verlassen sie auch wieder das flugzeug das ist auch einfach so ja so doof also anstatt zu sagen dann spielt das halt da so ich meine äh wie heißt der ähm die hat zieht er ja auch nicht aus dem hochhaus raus und noch mal davor oder so ist ja auch quatsch ja das stimmt und da was okay wir wollen ja nicht über blood red sky wie gesagt man kann es bei mir quatsch über filme hören die kritik und bei euch hier filme zum dessert bei dir ja nachhören wenn man es gerne möchte äh und auch so hasst und sagen will okay ich will auch andere hören die den nicht so oder was hast hast nicht so mögen oder ich möchte ja wieso den mag ich doch weil der ja ganz gut lief eigentlich bei netflix aber sowas läuft ja auch dann immer irgendwie genau wie jetzt ähm ja ich glaube wir müssen ja immer darüber reden warum das gut bei netflix läuft aber ja also man kann es ja auch wieder nicht sagen was heißt das mit dem ob es gut läuft oder so ne ein paar minuten reingeschaltet und so und sind eingeschlafen das war es dann oder haben dann doch wieder umgeschaltet und so und keine ahnung das kann man so schwer bewerten bei netflix ja muss gerade sagen ich ich habe das jetzt das ist so ein phänomen ich weiß nicht woher das kommt ich habe gerade gestern mit freunden völlig anderer film völlig andere genre aber die letzten sophia coppola film zusammen geguckt der da hieß on the rocks habe ich nicht gesehen mit bill mary so als vater und furchtbar wir saßen da zu viert vor und waren alle so was für ein drecksfilm so da da macht eine regisseurin so ein so ein film so zu feministischen themen und hat eigentlich überhaupt nichts zu sagen der ist im kern könnte das so der krasseste mann geschrieben haben weil das einfach so eine so eine dumme geschichte ist und so konventionell und so so antifeminismus in in allen porn und dann guckst du ins internet und alle mögen den film und feiern bill mary der wirklich nur sein bill mary programm abzieht nichts gegen bill mary aber in diesem film ist das halt einfach falsch den kannst du da nicht rumkaspern lassen wie ein wahnsinniger wenn du eigentlich der meinung bist du machst da so was mit message und so schlimm und irgendwie war das aber so ein film wo wir danach irgendwie recherchiert haben und dachten warum zur hölle finden wir eigentlich kaum völlig berechtigte negative stimmen zu dem film und so ein bisschen habe ich das phänomen dass es hier bei diesem film oder auch so bei anderen genre film auch der fall ist und ich weiß nicht ob mittlerweile die verleiher so gut darin sind das irgendwie zu steuern dass sie wirklich so diese filme auch nur noch den leuten sozusagen die sozusagen die so 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 mitnehmen vor allem die erste riege an an rezensionen die auch positiv da der rezensieren und so hast du so fantasy filmfest programm und so wenn da ein film wie dieser hier läuft natürlich sind die aufgeschlossener als wenn du das ich sag mal dem normalen arthouse publikum irgendwie vorführst oder sind im ex Publikum was irgendwie gerade aus transformers kommt und dann ist was wie blatt red sky konfrontiert wird so ja es ist ja das ist ja also diese a24 apple produktions dinge genau glaube ich und the rocks und das ist ja schon wieder eigentlich ist es ja eben nicht so dieses mega kommerzielle ding also aber viele werden es geguckt haben wie du sagst weil bei murray wird geliebt und so viel coppola kennt wahrscheinlich keiner und so bei lost in translation ist auch ich würde auch sagen trotz jeder weiß es irgendwie wegen scardions aber ist auch kein kommerzieller film so gesehen ich glaube nicht dass die viele gesehen haben so normal gucker und das ding ja wundere ich mich ehrlich gesagt auch und vielleicht sind sie einfach ist es weiß ich nicht so ein kurzen ding so viel coppola ist auch nicht die beste schauspielerin ich meine hier der zweite wie ist der noch mal oder der dritte war das schon mit dem hier stevendorf von blade da hängen sie auch da sind sie in italien hängen sie rum er ist so ein schauspieler sind abgehaftet schon wieder so ein bisschen lost in translation vibes so in diesem haus ding ja ja ich weiß und fand ich auch sehr ermüdend also war auch nicht so toll das ja ja ich mochte eigentlich ihre ersten sachen so so lost in translation also virtual suicides marie anternet habe ich nicht gesehen kürsten danst ja ja habe ich gestern darüber gesprochen den müsste ich mal wieder gucken der ist interessant weil das so die die marie anternet story also eigentlich so ein historien film so als it girl dann oder wie ja also so popkulturell aufbereitet alles ist pink alles ist verrückt und ich weiß ich fand den damals ziemlich gut ich finde auch kürsten danst ist super lied ich finde die so gut in hauptrollen wie lange nicht gesehen viele hassen die ja ich finde die wirklich gut also die also auch melancholia die trägt die filme einfach das ist ja auch so eine qualität von von schauspielern und schauspielerinnen und die finde ich großer kürsten danst fan was soll ich sagen ja sie macht immer noch nicht so viel was hat dieses letztes gemacht die lange nicht mehr gesehen keine ahnung wo bist du das für so ein film der bei mir immer wieder ganz ganz weit oben in der grundstunde den mal wieder zu schauen aber jetzt haben wir erst mal ein peter thorwald film gesehen da hattest du vorhin noch gefragt so wegen seinem schaffen vorher hatte ja dann zu seinen großen filmen das mal jetzt war was nicht passt wie passen gemacht und bang boom bang hatte ja vorher kurzfilme gedreht so jeweiligen ne zu bang boom bang nicht wirklich der hieß ja razzia pizza razzia mafia hast du den gesehen da war auch ralph richter schon dabei das ist richtig lange her ja der der war mal als bonus auf irgendeiner dvd da habe ich nie mal geguckt aber ja bei bang boom bang halt 15 jahre würde ich sagen mindestens ja und die sind auch cool die mag ich auch in goldenen zeiten hatte ich ja gar nicht gesagt jetzt war okay ich hatte jetzt keine erwartung und so was war so mit golfplatz und so hatte so eine kleine atmosphäre war so ein bisschen dann auch nachgemacht hier wie heißen die noch mal wo wir gerade bei murray und so waren hier chevy chase bei murray wo die auf dem golfplatz sind weißt du welchen meine ne diese film und so so ein bisschen sofort muss wir man spielt ja jetzt so ja genau kelly schick sehr gut der erste teil nicht der zweite so in der richtung und dann hat der film gemacht hier ein paar deutsche sachen noch also so auf deutsche serien basierend der 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 bulle der letzte bulle ja irgendeine serie glaube ich war das ja dazu hat er halt den film gemacht habe ich nicht gesehen was ich mir jetzt auch nicht und dann kam halt so was schönes wie what we're sky und jetzt blood and gold um seine wahrscheinlich macht er so eine bluttrilogie zum netflix bluttrilogie also soll er gern machen also er scheint ja voll auf genre film abzufahren was ich interessant fand ich mal kurz das interview gesehen da meint er da für ihn das war das so ein so ein damenbruch jetzt irgendwie genre filme zu machen also da scheint ja wirklich jetzt seine karriere massiv zu beflügeln und dieses drehbuch hier ist wohl schon einfach 16 jahre alt die haben das damals noch vor in glorious bastards hat das jemand geschrieben unter dem titel das war einmal in deutschland und da haben sie das wohl schon versucht irgendwie zu finanzieren das hat nicht funktioniert und dann kam in glorious bastards wo man jetzt immer denkt das ist so ein glorious bastards ab klatsch fand ich jetzt interessant zu hören dass der hier offenbar davor war ja gleichzeitig finde ich es aber interessant er kommt in die kinos gleichzeitig läuft wie heißt das hisu dieser finnische nazi plantation film wo auch alle kurz vor ende des weltkrieges auf der suche nach gold sind und auch da sind die zutaten nahezu identisch ja auf jeden fall eben großer zufall nach 16 jahren aber ja das ist halt so gut wir wissen ja alle ne wegen gloss bastards passiert und wie der film ja auch hat dann jeweils vorbild dann die italienischen ne spaghettivestern genommen und gerade auch ne zwölk röcher lungen und so weiter the good the bad and ugly und diese ganzen italo dinge und so das merkt man ja auch jetzt muss man natürlich sagen ja okay wenn vorhin gloss bastards das drehbuch stand ein also das erste drehbuch stand oder einer der ersten und so ne und dann kommt natürlich in gloss bastards und dann noch mal wie viele jahre später jetzt 16 jahre später dass dann natürlich das auch angepasst wird und trotzdem auch visuell und so weiter vielleicht auch an gloss bastards dann so als vorbild und man hinterkopf hat und so muss man ja auch sagen ist ja nicht so nur weil das drehbuch vorher da war dass das genauso geworden wäre wie es jetzt ist wenn es in gloss bastards nicht gegeben hätte könnte man jetzt auch meinen obwohl man das auch schwer vergleichen kann und nicht sagen kann dass es irgendwie tarantino es eigentlich in keiner weise sonst so naja tarantino gab es ja schon vorher und ich habe schon den eindruck dass man sich da in der ecke doch sehr auch gerne von von amerikanischen vorbildern inspirieren lässt so was ich auch erst mal gar nicht schlecht finde da macht ja peter thorwald das das sagt ja auch direkt und das sieht man ja auch in seinen film auf jeden fall ich meine bang und bang ist ja auch ein gar ritchie tarantino verschnitt und so genau wo ich gerade sagen wenn nicht in glorious bassett gekommen wäre dann hätte man sich halt weiterhin von perfection oder sonst was inspirieren lassen also ich glaube so die attitude ist klar so woher das kommt ja auf jeden fall aber deswegen glaube ich auch ich habe ich habe dann habe ich die gegoogelt hier die habe ich hier auf ganz normal über über google den film damit ich die schauspieler am start habe und dann stehen da immer die oder so auf vaccine stehen hier so so google rezensionen die ich mir noch nie angeguckt habe aber das stand so an und dann habe ich die habe ich mir jetzt angesehen und ich muss mich halt tot lachen ich will jetzt nicht ganz vorlesen aber es ist wirklich sowas im tonus wer quentern tino liebt wie diesen film mögen genau wie ich einfach cool gemacht mehr davon der fünf sterne und dann schreibt der andere es ist einfach zu sehr auf möchte gern termitino gemacht dann lieber ein gorge baller und so weiter jedes termitino stil mittel einzubauen ist schlecht und so zwei sterne sagt genau das gegenteil dasselbe dann ist der andere der sagt das kann man nicht mit termitino vergleichen es hat einfach nichts damit zu tun und es ist auch überhaupt eine schande das versuchen zu wollen mit dem zu vergleichen und so das ist so geil so das sind nur fünf rezensionen die sind alle so geht es darum und sagen genau das gegenteil die haben nicht aufeinander geantwortet jedenfalls wahrscheinlich vorher gelesen aber irgendwie schön so wie das so auseinander geht und doch irgendwie alle das gleiche sagen und da aber auch dann sternmäßig das in der mitte ist irgendwie ja wollen wir mal die handlung wieder geben ja vorschlagen ich habe extra notizen dafür gemacht ja perfekt da kannst du das machen super ich wollte gerade sagen das ist so eine und dann und dann und dann handlung und da muss ich dann immer überlegen was ist der nächste schritt deswegen habe ich die schritte einfach mal in reihenfolge gepackt so also es geht damit los unser held heinrich der irgendwie die ganze zeit lanza genannt wird und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt lanza heißt ja eigentlich nur das ist ja so der niedrigste in der hierarchie ich habe wirklich irgendwie gedacht der heißt so und dann habe ich gedacht moment mal nee das lanza ist ja so ein begriff für was anderes man könnte den eindruck haben dass er hier lanza heißt aber eigentlich heißt er heinrich und der soll von militärsachen habe ich auch keine ahnung muss man sagen so wer wo was welche position deswegen war mir das auch voll fremd genau auf jeden fall haben wir also zeitlich sind wir ganz am ende des zweiten weltkrieges der heinrich hat irgendwie keinen bock mehr irgendwie soll da zu sein wird aber auch nicht erzählt wie lange das jetzt war und so auf jeden fall soll er deswegen erhängt werden und seine nazi eben als kollegen knüpfen ihn an so ein auto und und an so ein baum und fahren dann weg und dann hängt er da und wird dann aber gerettet von elsa und elsa bringt die dann zu sich nach hause wo sie einen bruder hat der ein down syndrom hat und wir alle wissen menschen mit behinderung und nazis das geht nicht so gut zusammen aber die nazis sind jetzt auch gar nicht so unbedingt erstmal wegen denen da sondern eigentlich um jüdisches gold da zu finden in dieser stadt so sie fangen also an zu suchen aber weil die verpflegung irgendwie scheiße ist schickt dann der der oberscherche der von sternfeld starnfeld ähm seine schergen auch zu elsa's hof um da irgendwie essen zu holen bisschen leckeres essen nicht so die pampe aus der stadt und da treffen sie natürlich sofort auf elsa's bruder und äh elsa finden sie auch ganz geil weswegen sie sie auch gleich vergewaltigen wollen und so und deswegen kann natürlich unser held der moment wie heißt der jetzt nochmal ach ja der heinrich genau muss natürlich sofort eingreifen eigentlich alle umbringen bis auf einen der sich so als als härteste saurenpupp der dörfler der ist wirklich eine harte sauer genau ja dem dem kann man alles dem kann man heißes wasser auf die genitalien kippen und anschießen und so da hält halt alles durch naja auf jeden fall ähm der sind natürlich irgendwie auf rache und die beiden oder die drei können erstmal entkommen bis zum nächsten morgen so und das ist wie gesagt das ist so und dann und dann und dann plot so eigentlich wären die jetzt schon fast in sicherheit würde nicht der bruder jetzt ähm also der der bruder von elsa der mit dem down syndrom jetzt wieder zurück zum hof um noch die kuh zu melken weil die ja sonst schmerzen hat wenn man sie nicht melkt ähm und natürlich kommen die bösewichter wieder die ja vorher in die flucht geschlagen wurden und nehmen halt den bruder mit so jetzt müssen die beiden den bruder retten dann fahren sie halt wieder in die stadt ähm der bruder kann sich in der zwischenzeit bisschen selber helfen paar nazis blutig erschießen und dann oh nein wird der bruder erschossen also wir spoilern hier hart aber gut ähm das sollte man wissen naja ähm ja und dann geht's so weiter und dann wird halt das gold gesucht und so ich will jetzt auch gar nicht dieses und dann und dann da kommen wir vielleicht so ein bisschen so noch äh während wir drüber reden ne so was noch so passiert ja und dann hat Heinrich auch noch da irgendeine familiengeschichte am laufen hat irgendeine tochter die er irgendwann nochmal wiedersehen möchte ja und dann und dann und dann das ist so die Handlung es ist nicht so dass irgendeine Person also es ist nicht so dass unsere Hauptfiguren dieses Gold suchen sondern die sind einfach irgendwie erstmal da und wollen dann irgendwie die Leute halt beschützen um sie herum bis die dann umgebracht werden mhm ja wir können ja schon mal anfangen also das ist jetzt so ein persönliches Ding auch was mich ja wo oder wo ich drauf einfach so extrem achte was mich nervt sind Rundschutz und besonders wenn die so in historischen Sachen sind irgendwie oder so Filme wo 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 einfach nur ja wir haben jetzt eine Drohne das ist günstiger damit zu zu filmen und wir können dann frei und dann kommt schon der erste Shot wenn der Heinrich wegläuft vor den anderen und der gejagt wird dann kommt diese Drohne da und das und verfolgt ihn so und dann nochmal von der anderen Seite weil wir können es ja locker machen so ein paar Mal und das nervt mich schon das nervt mich im Moment zu vielen ist in der Historie schon weil diese Kamera dann für mich auch zu dieser Geschichte überhaupt nicht passt so das ist dann so willkürlich gemacht einfach wir können das machen okay dann machen wir das und so da war ich schon genervt total aber wie gesagt da achte ich jetzt auch übertrieben drauf und so ich meine hast du den neuen Evil Dead gesehen Evil Dead Rise ne nicht geschafft der das ist die erste Szene du kennst ja Tanz der Teufel das ist ja aus der Ich Perspektive das Böse der Dämon so übers Wasser und so und das ist ja legendär eigentlich diese Szene und bringt einen atmosphärisch rein und auch das wenn man aus der Sicht des Bösen guckt und über Wasser in dem neuen Evil Dead Rise fühlt sich das total komisch an und da dachte ich schon oh Scheiße was ist das denn das fühlt sich schon so neu gemacht billig an stellt sich aber heraus das ist eine Drohne die gesteuert wird in dem Film selbst aus der Perspektive und hat das quasi persifliert und da habe ich mich doppelt gefreut so ne dass das Böse kam das war halt schön witzig das war wirklich so das hat mir gefallen so das nur dazu und dann hängen die den Typen okay hast du erzählt und dann nimmt diese L-Seite mit ne wo man schon mal das ist schon das erste und dann Ding was man einfach gar nicht wirklich versteht wieso wieso sollte sie das machen und sie erklärt das so dass die anderen die Bösen sind und er anscheinend lieber ist was sie aber gar nicht wissen kann außer sie hätte alles beobachtet oder so und selbst dann bringt sie sich ja total unnötig in Gefahr also ja und vor allem ihren Bruder ne auf den sie ja besonders achtgeben muss sie weiß ja auch nicht dass das wirklich ein böser Typ ist der da gehängt wird weil er was weiß ich gemacht hat jemanden erschossen hat vergewaltigt hat oder so kann ja alles sein ne ich weiß nicht wurde das irgendwie gekennzeichnet der Sateur oder so ich weiß es nicht also das war schon irgendwie komisch fühlte sich schon komisch an so ne aber wäre auch nicht so wichtig wenn der Rest nicht halt ne da kommen nur eine nervige Sache nach der anderen oder nicht fandst du das nicht schon komisch die Motivation daraus ach zu dem Zeitpunkt da ich das so früh war habe ich das noch gekauft also ich habe eher danach gelitten also ich das war wirklich so ein Film ich habe alle zehn Minuten gefühlt pausiert weil ich dachte boah das nervt mich alles alles was passiert nervt mich so Pause gedrückt so ja so ein bisschen so immer wenn wieder so 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 ein awkward moment kam dachte ich auch nö kein Bock was war denn für ein awkward moment direkt oder der erste wo du sagtest so hast du naja das sind immer so diese Dinge weißt du so einerseits willst du halt so ähm packst du da so einen so einen Menschen mit Down-Syndrom rein und und gibst ihm auch so Momente der Ermächtigung wo du denkst der ist ja eigentlich total cool und so und dann macht aber wieder das dümmste von der Welt diese Kuh melken so rein plot-technisch ja und ich denke das passt nicht zusammen weil einerseits ist er voll voll der krasse Typ der da irgendwie eigentlich viel viel intelligenter ist als man das vielleicht Menschen mit Behinderung irgendwie zutrauen würde wenn man irgendwie Vorurteile hat und dann macht dieser Plot gibt ihm so den dümmstmöglichsten Move den man ihm nur geben kann nämlich sich da wieder komplett in Gefahr zu begeben und das sind so Dinge wo ich mich frage was haben sich die Drehbuchautoren dabei gedacht du kannst doch nicht gleichzeitig eine Person ermächtigen und sie gleichzeitig degradieren und so weißt du was ich meine also es ist so ja nein ey das finde ich erstmal ja müsste man auch wieder einen Genrefilm und so ne müsste man auch wieder sagen okay alles gekauft aber ich weiß schon was du meinst da wäre wieder so eine Chance gewesen so eine kleine wenn du schon so aufstellst und nicht einfach wie es dann gewesen wäre in den 60er 70ern Filmen dass sie einfach sagen das ist wirklich der Vorurteil behaftete dumme Down-Syndrom ich hab hier nur ein Problem dran hängen die Frau jetzt so zu sagen ne ich hab schon keinen Mann ich hab kein Dings ich hab nur und noch ein Problem so ungefähr um das ich mich kümmere weil es von mir ist genau oder ne man macht es jetzt so wie du gesagt hast und so wie sie es machen aber stellen es dann doch wieder in Frage und wieso machen sie es ja weil sie nicht wissen wie sie das hinkriegen dass sie sich wieder trennen und ergekriegt wird damit dann wieder sie nachher sauer wird damit dieses und dann und dann passieren kann weil dann hätten sie es aber anders machen sollen wie du sagst da hätten sie ihn vorher kriegen sollen sie hätten noch fliehen können er war verletzt zurück oder hätten da auf dem Weg irgendwie klar da hätten sie was weiß ich machen können auf der anderen Seite geben sie jetzt und sagen ich weiß gar nicht ich will nicht immer Down-Syndrom denn wie heißt denn der Typ weißt du auch nicht wie heißt der Paul glaube ich heißt der Paul ja Paul Simon Rupp Paul dass der natürlich lieb ist und dann ist nicht nur dann zu Menschen mit Behinderung sondern auch Tierfreund der Film sozusagen weil er ja der Kuh helfen will seiner Liebe die dann auch so was wieder witzig ist fast vor seinen Augen erschossen wird und so so als wäre das so seine Geliebte und so aber er liebt sie auch ja okay ist gekauft wieso kommen denn überhaupt die Leute immer zurück das ist ja auch immer Quatsch also wieso geht das kann man auch sagen gut man ist der erste Anhaltspunkt man fährt da wieder zur Scheune mit den ganzen anderen Soldatenkollegen wo man weiß ja die dürften ja nicht mehr da sein also weißt was ich meine das ist ja auch dumm da hinzufahren eigentlich aber das gehört ja dazu irgendwo muss man ja anfangen von da aus die Spuren suchen ne weil jeder Normale ist ja weg ist ja sowieso so ein Ding sucht Essen und so aber nicht hier in der Stadt wie du gesagt hast so ne weil das ist ja nicht so gut geht mal hier so irgendwo ins Dorf Essen suchen aber ey wie fandest du die Action Szene als die sie halt vergewaltigen wollen und er oben hängt so das war Terentino mäßig gefühlt halt wieder ne nur diesmal auf dem Dach und nicht unter dem Boden also mein Problem ist dass ich finde dass Torwart viel dafür macht um Spannungsszenen nicht nicht auszuerzählen weil also er ist also man kann es ja kurz mal erzählen er versteckt sich oben also wie nennt man denn das ja so ein Dachstuhl ne ist das so ja quasi auf dem Dach und kann halt durch die Ritzen irgendwie in dem Holz halt runter gucken und so und da eskaliert das halt die haben halt ihren Bruder entdeckt den schmeißen sie raus und dann wollen sie sich über die Frau her machen so und dann dachte ich oh ok krass wollen sie jetzt in so einem vermeintlich harmlosen Netflix Film da jetzt irgendwie ne echte Vergewaltigung zeigen und so und natürlich machen sie es nicht weil kurz vorher kann er eingreifen und natürlich werden alle blutigst erschossen aber auf keinen Fall wird irgendwie sowas wie eine Vergewaltigung gezeigt und so und ich hab nur gedacht ich weiß nicht ob ich das gut finde wenn man so ein Fass aufmacht und dann so inkonsequent ist dass man diese ganzen wirklichen Gräueltaten ähm einfach immer ausspart so weißt du was ich meine ich finde der Film also um das vorwegzunehmen ich finde der macht mir nicht genug Spaß um irgendwie äh so ein Fun-Actioner zu sein und ich finde ihn ja irgendwie dann auch gleichzeitig zu albern als dass ich ihn ernst nehmen könnte ja und das ist so das ist so eine Szene die stellvertretend dafür steht weil ich denke ja die Action war nicht schlecht aber die war jetzt auch nicht irgendwas groß besonderes so ab der Szene weißt du dass nie was Schlimmes passieren wird sozusagen weil das so angedeutet wird wie du sagst und dann ist schon so ein bisschen die Fallhöhle Fallhöhe gesetzt ne und wirklich dann und die ist niedrig gesetzt halt und so und das ist halt das Traurige wie du sagst erst mal denken what da kommt jetzt eine Vergewaltigung und man ist so richtig ne und man möchte es natürlich nicht sehen aber man denkt so okay das ist auch wirklich was heftiges was gemacht wird und so wo was rausgeholt wird und so und dass der Film wirklich äh so wenn er es will alles draufsetzt aber er macht es dann doch wieder man muss es wieder sagen dieses mainstream mäßige oder in deutsche dass er es nicht voll raus haut und so ne dass er dann doch immer so gediegen bleibt das ist in der Brutalität so ne dass es auch irgendwie dann doch immer zu CGI mäßig wirkt es ist irgendwie diese neue Art von Brutalität dieses CGI gesplatter was irgendwie keine richtige Wirkung hat weil das zu viel dann gemacht wird in der Szene anstatt eine kleine Szene zu nehmen oder eine Sache die dann wirklich weh tut irgendwie und die ihm besondere Aufmerksamkeit zu geben was dem Tino halt mega kann der muss nur ne da tut jeder Schuss wirklich weh jeder Schuss und lange und man liegt da verblutend neben Reservoir Dogs und so ne und leidet mit aber hier werden Haken alles wird da aneinander geballert wie du gesagt hast mit dem heißen Wasser zwischen die Beine angeschossen aber nichts tut weh und das Glas und so alles ist so kartunesk dann doch irgendwie und ich finde sie gut choreografiert die hatte Bums und so was ja in Deutschland auch schon schwer ist an Action mäßig und so ne das ging schnell zack 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 aber wie du sagst die bleibt jetzt auch nicht im Gedächtnis die wäre im Gedächtnis geblieben hätte es da eine Fallgewaltigung gegeben und er hätte zugucken müssen weil er weiß er hat halt keine Chance gegen fünf Soldaten wirklich oder so was weiß ich oder so der ist doch wirklich ein feiger Hase und macht ihnen die Entwicklung durch aber das ist ja auch das Ding er bleibt ja auch da flach ne es sind auch keine ich will ja keine tiefen Figuren haben in der Entwicklung oder so aber ich will irgendwie so Typen haben so richtig weißt du aber er wiegt auch schlechter als ein Computerspielfigur die ich spiele bei Call of Duty so ne so so harmlos irgendwie ich weiß auch nicht ob er der richtige für die Rolle war ich finde so der Schauspieler selber hat es nicht schlecht gemacht aber der war die sieht ja eigentlich auch aus wie eine Kampfmaschine und der kann alles der macht alles da traut er sich auch in jeder Sekunde irgendwie sofort einzugreifen killt die Leute ohne mit der Wimper zu zucken und gleichzeitig will der Film einem irgendwie verkaufen dass er dass er bei den Nazis nicht mehr mitmacht so und ich hatte mehrfach gedacht das ist so irgendwie voll so die die Amerikanisierung des Ganzen als wenn wir als wenn gar keine Deutschen sind unsere Hauptfiguren obwohl es natürlich ein deutscher Film ist als wenn die sozusagen dadurch dass man so amerikanisiert ist wir eigentlich so vermeintlichen Amerikanern dabei zugucken wie sie wie sie Deutsche spielen obwohl es Deutsche sind weißt du was ich meine ne total aber das ist ja auch dieses ganze Dorf ist ja gefühlt gegen die Nazis wo man denkt nee das ist ja komplette Geschichtserklärung das ist ja kompletter Bullshit ja das stimmt das ist auf der einen Seite so und dann ich meine am Anfang kommt schon die Erklärung da sagt ja Heinrich dann wird es ja kurz erklärt so schön so erzählt auch wieder statt gezeigt dass er sagt ja sechs Jahre habe ich mitgemacht aber jetzt habe ich keine Lust mehr und so ne wo es so sowieso zu Ende ist ne das ist auch richtig witzig so eigentlich totaler Quatsch sechs Jahre war ich Täter und jetzt so nur weil ich mich unentschieden habe bin ich irgendwie der Held das Ganze so aber okay wir müssen auch zugeben jetzt wir reden jetzt hier über so einen Film der natürlich jetzt kein Erz des Kriegs Historien Ding ist und so ne und auch Spaß machen soll natürlich in erster Linie aber weil das hat von dem Spaß her nicht hundertprozentig funktioniert hat jedenfalls bei mir nicht muss ich jetzt die anderen Sachen auch kritisieren wie es ja bei dir anscheinend auch der Fall ist dann umso mehr und ich war was wollte ich jetzt sagen Heinrich ist genau dann hätte man es so machen sollen dann gibt ja dann kommt ja dieses noch schlimmer als bei Blood Red Sky im Flugzeug diese Rückblende wie sie ja zum Vampir wurde ist ja hier diese Rückblende wie das mit dem Gold zum Beispiel oder wie Heinrich erzählt hat mit seinem Kind und diese ganzen Sachen die auch so komisch gemacht sind und total so boah total langweilig so kurz so erzählen das hätte man dann versucht er was zu zeigen aber interessiert mich voll null ist auch nicht spannend da wo das Gold abgeblieben ist und dann hätte man Heinrich auch insgesamt noch von der Figur wenn man das schon macht dann hätte man ihn dann macht man Clint Eastwood das ihm und dann lässt man ihn einfach wenig reden und so ein bisschen so uneindeutig wieso ist er da raus egal müssen wir nicht wissen er ist ein Deserteur einfach oder will das ihm machen oder so war jetzt lange dabei ist er jetzt gerade gefunden worden ist er gerade erst eingetreten und so da soll er es lieber offen lassen und einfach einen harten Kerl aus ihm machen der so heftig ist und so dass man wie bei Sisu ist das dann eher dass man halt nicht über die Geschichte was weiß das finde ich dann interessanter macht dann halt den namenlosen gefühlt aus ihm dass er vielleicht dann doch cooler gewesen dann wäre es vielleicht zu direkt wieder wahrscheinlich dann auch aber keine Ahnung hätte ich vielleicht spannender gefunden oder ja ich meine das wäre natürlich diesem Western-Genre relativ zuträglich gewesen weil ich fand er abgesehen von dieser Behauptung dass der immer mal wieder mit so Western-Anleihen im Soundtrack arbeitet fand ich visuell hatte der ganz ganz wenig vom Western ja aber das ist das was du gesagt hast er versucht da Spannung ne er deutet die an aber führt sie dann nicht zu Ende und das ist hier so mega dann traut er sich nicht ne Szene wirklich spannend auszubauen mal das muss ja nicht die ganze Zeit so sein auch mit der Musik das ist dann so billig draufgeklatscht und so wie manche jetzt Soundtracks heutzutage wir machen 80er-Film dass wir einen Flair haben dann nehmen wir einfach einen Song aus den 80ern der Rest ist egal so gefühlt dann fühlt sich schon an wie ein 80er-Jahre-Film äh oder oder Hommage und das ist ja auch so ganz leicht angedeutet alles und überhaupt nicht getan weil ich finde auch ja der sieht jetzt nicht schlecht aus weil er eben ein bisschen amerikanisch aussieht aber er sieht halt nicht nach dem Western aus und er sieht nicht wirklich gut aus also da sind viele Szenen auch das Finale in der Kirche das fand ich halt auch das fand ich überhaupt nicht gut dann ist das Finale jetzt spring ich ja was hin das ist das Finale in der Kirche zu Ende und dann kommt so eine geilen Sonnenaufgang Einstrahlung und das hätte in der Kirche so geil ausgesehen wenn da mal so ein bisschen anstatt einfach nur dieses dunkle Blau dazu haben die ganze Zeit dieses so was total flach aussah hätten sie dann lieber mal mit so ein bisschen durch die Kirchenfenster Sonnenaufgang mit geilen Lichteffekten so ein bisschen und dann noch mehr Western Hommage und auch da die Auflösung und das alles was auch voll zwei glorischer Lungen angedeutet hat so mit diesem Dreieck und so war auch das sah nicht gut aus ja wir bewegen die Kamera immer mal hier und da und voll willkürlich wird die überall hingestellt statt da mal so ein bisschen bei den Figuren zu sein oder dadurch ein bisschen zu spannend zu suggerieren ja ja ich fand ihn grundsätzlich messy also 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 ja wir sind ja jetzt ein bisschen durch die durch den Inhalt durchgerusht so was ich zum Beispiel total merkwürdig fand als plötzlich hier unser 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 Ober-Ober-Bösewicht Starnfeld der der Dings hier der Scher der auch schon bei Blatt-Wort-Sky der Böse war von ihr gekillt wurde und ich war so okay damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass sie ihn umbringt was ich eigentlich cool finde aber ich sage mal die also wenn man schon so eine Dramaturgie von der Stange macht dann ist es ja normalerweise so man bringt den den kleineren Bösewicht um und am Ende kommt der Ober-Ober-Bösewicht und wenn man jetzt aber die ganze Zeit diesen krassen Typen etabliert und dann wird er einfach so weggemacht das fand ich extrem also ich habe nicht verstanden warum man das tut so ja weil man die Szene cool fand wie sie gemacht wurde mit dem einmal drumdrehen Kuss geben Tablette rein ja wie gesagt in der Szene selber habe ich ja nichts auszusetzen hätte sie das bei jemand anderem gemacht der nicht so hoch in der Hierarchie ist hätte ich das auch total cool gefunden aber jetzt kritisieren wir ja was was wieder überraschend ist das ist auch wieder witzig was dann nicht aber ich meine jetzt einfach um um mich bei Laune zu halten weil ich denke so du etablierst die ganze Zeit diesen völlig überzogenen Hardcore-Nazi und ich fand sein Schauspiel echt nicht gut der hat so gespielt als wenn er also so völlig drüber und das passt halt überhaupt nicht zu dem was die anderen gespielt haben was fandst du denn bei Blood Red Sky wie fandst du denn da da war ja auch dieser Vorgugte der dann zur Vampir wird und das voll geil findet da war ja auch voll übertrieben da war genau so da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern das war halt eher Blood Red Sky bin ich also ich muss sagen also wenn man mich fragt welchen Film ich eher nochmal gucken würde tendenziell wahrscheinlich eher Blood and Gold als Blood Red Sky weil ich finde bei Blood Red Sky hat für mich gar nichts funktioniert also weder die nach 20 Minuten diese große Erkenntnis dass sie so ein Vampirin ist wo ich denke das habe ich vorher irgendwie auf Netflix in den Trailern irgendwie 100 Mal schon automatisch gesehen so nur weil ich darüber gescrollt bin und dass der Film mir dann sowas als große Erkenntnis verkaufen möchte fand ich schon so ärgerlich da habe ich nichts gekauft in diesem Film hier geht es aber wie gesagt das ist halt so komisch weil auch nachher denn wenn der ja eigentlich der dann also eigentlich sag mal Nummer 2 der dann zum Oberbösewicht wird dann auch irgendwann gekillt wird kommt plötzlich nochmal jemand und schießt alle an wirklich so ein random Dude von den Nazis und ich denke mir so nee also nicht nicht dann mehr so nicht dann wenn eigentlich die Bösewichter schon gekillt sind das ist einfach so so komplett blöd irgendwie ja das ist schon kacke wenn so der Endgegner genommen wird und dann auch der zweite der ja so wir haben ja gesagt er ist ein großer Wichser der Dörfler der sie vergewaltigen will ja Wasser in den Eiern kriegt Glas Schuss haut ab dann wird er genäht und er steht sofort wieder auf ich brauche keine Betäubung nichts und so hat eigentlich auch keinen Bock mehr so auf den Krieg so richtig und so aber ist trotzdem die größte Sau und ja jetzt bist du ja zu diesem Share gekommen zu unserem Endgegner also halben Endgegner letztendlich dann und du fandst das Schauspieler zu heftig fand es halt ganz witzig weil es irgendetwas gab aber wieder zu wenig dann doch und weißt du dass damals du hattest ja gesagt 2006 drei Jahre vor Glossbusters war ja das Drehbuch am Start und das ist ja diesmal nicht von Peter Thorwart das ist ja von diesem Typen der halt diese ganzen Alarm-für-Kober-Elf Rehbücher macht der heißt Stefan Barth und die hatten echt die beiden hatten halt Christopher Walz im Kopf für den vorhin Glossbusters witzig ne das ist schon wieder crazy so ne das ist natürlich Peter Thorwart gehört hat auch ich hab auch so ein Interview gesehen das hat dir aus allen Worten gefallen aber fand das schon wieder cool eigentlich das dann so ja man weiß manchmal nicht was dahinter steckt vielleicht hat die 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 Caster-Casterin die den da vorgeschlagen hat danach kam dann Inglourious Basterds und weil der Film nicht zustande kam hat sie da die gleichen Personen vorgeschlagen und dachte ah Nazi war doch gerade irgendwie vor drei Jahren aber das kann schon gut sein in der kleinen deutschen Filmbranche dass das so dass die eigentliche Verbindung war weswegen er am Ende Inglourious Basterds gelandet ist in Glourious wurde ja hier gedreht in Berlin und so deswegen also genau unter anderem muss man ja nochmal sagen oder so falls man weiß und der Film wurde ja hier hauptsächlich in Tschechien gedreht natürlich dann wieder man geht ja raus alle kommen aus Meka dann nach Europa nach Deutschland und so um günstig zu drehen und die Deutschen gehen dann in den Osten um günstig zu drehen oder halb Europa ja ich fand das schon krass im Abspann hatte jeder dieses große Arm Ende des Namens so ein typisch tschechische ja Kostüm alles also viele sind auch da aus der waren auch aus Tschechien und so die da gearbeitet haben wirklich ne schon krass gab glaube ich auch so eine Filmförderung sogar irgendwie aus Tschechien so ganz komisch wusste gar nicht dass die da aber wieso nicht hört sich immer so an haben alle irgendwie okay den fand es schon mal nicht so gut den heftigen Typen die Frau aber das heißt nicht so gut aber ich finde der war so der war so albern und ich finde halt ich fand hier wie heißt der denn noch gleich der Jochen der den ähm ähm wie heißt der Schauspieler noch gleich Dörfer jetzt ne ne der den Pastor spielt ach Jochen Nickel ja den fand ich zum Beispiel gut der hat das aber auch alles ernst genommen und so und das ist aber so ein bisschen mein Problem bei Filmen wie denen dass einige um ihr Leben spielen wo man denkt jetzt wollen sie irgendwie gleich einen Oscar und dann ist da so jemand wie hier der Alexander Scheer der den von Starnfeld spielt der da gefühlt irgendwie chargiert und irgendwie so also ich würde sagen einen richtigen Bösewicht etablierst du nicht weil du möglichst äh extrovertiert bist in deinem Spiel sondern weil du halt böse Dinge tust so und irgendwie hat sich das mal so eingebürgert dass das so und ich meine so ein bisschen macht man das in den Glorious Bastards auch aber ich finde ähm dort macht man das mit mehr Stil so weißt du weil der ist halt der ist ruhig der ist nicht die ganze Zeit so völlig übertrieben und das macht ihn so gefährlich weil du nicht weißt dass du von ihm halten sollst so bei diesem hier gibt es keine Nuancen der ist einfach nur laut äh und the master of evil also so sieht er halt aus könnte auch so Skeletor sein auch mit seinen seinem seinem verdeckten Gesicht und so ähm und ja ich weiß nicht und dann auch diese Liebesgeschichte die da plötzlich reinkommen das ist halt so heftig ne also da läuft auch dieses altdeutsche Lied da mit Liebe sie kommt da will auf ihn schießen rennt auf ihn zu und dann ist er verliebt so das ist ja auch komisch ja bitte diese Musik ich meine dass man das einmal macht so als Stilmittel dass plötzlich so ein alter deutscher Song Marlene Dietrich oder so da einspielt zu irgendeiner Actionsequenz okay kann man mal machen aber das macht der Film ja wirklich irgendwann dreimal nacheinander mindestens und Gott ist das plump also ja ja das war halt das war halt auch komisch und wie gesagt ich hätte aus dem aus dem Heinrich Robert Maas hätte ich einen Ruhigen gemacht der nichts labert und die Frau Maria Hacke aus der hätte ich dann mehr gemacht weil die auch schon ganz gut hier rüber kommt eigentlich ne der hätte ich noch ein bisschen mehr gegeben und dann wenigstens eine Figur und dann ja aber ey die fandst du sie denn unser Elsa ja so Rache ich fand es ja ganz cool dass sie den Frauen so ein paar toughe Momente geben das fand ich schon nicht schlecht ähm ich kann die aber kaum als Figur ernst nehmen weil auch die Sache mit ihrem Bruder weißt du der Bruder bedeutet ihr alles irgendwann ist der Bruder weg und er ist halt komplett vergessen also ich will sie dann auch nicht noch eine halbe Stunde trauern sehen das will ich auch nicht aber ich finde einfach die Entscheidung diesen Bruder da rein zu schreiben um ihm dann so einen Abgang zu spendieren irgendwie total daneben also ähm ja es fühlt sich halt auch wieder an dass er da den Bruder hat mit Down-Syndrom das fühlt sich wieder so gesetzt an so wie heutzutage eben wir brauchen alle Ethnien und wir brauchen alle in einem Film und wir machen jetzt das als besonders hat noch keiner gesehen na gut wie du sagst aber das spielt ja auch nicht so eine wichtige Rolle also ich finde das gut dass man ihm diesen Moment des Empowerns gibt aber ich finde das dann total beschissen dass man ihn kurz danach irgendwie abknallt weißt du was ich meine weil ich denke mir entweder geht es einem darum zu sagen hey ähm der kann auch eine coole Sau sein und wir inszenieren jemanden mit einem Down-Syndrom wie wie äh jemand der auch irgendwie ähm Teil des Widerstandes sein könnte in so einer fiktiven Welt was ich eigentlich total cool finde aber dieser Abgang das fand ich so so daneben irgendwie weißt du ihm dann auch noch so grafisch einen Kopfschuss zu spendieren und so ein paar Sekunden Trauer und dann ist der irgendwie weg aus dem Film denke ich mir da steckt für mich halt keine keine Agenda hinter weißt du hättest du ihn jetzt lieber als Held vielleicht am Ende so das hätte ich cool gefunden wenn ähm also ich hätte es cool gefunden wenn er den Film überlebt ehrlich gesagt das war mit den den anderen dann kann ja auch nochmal irgendwie da hält recht seine Schwester Daniel in Distress oder aber ich fand diesen empowernden Moment für ihn eigentlich total cool und dann ist der aber sofort weg und er aus dem Buch und das fand ich echt schade also und ich weiß jetzt auch nicht wie das gut es gibt ja hier Peanut Butter Falcon und so da war es ja eine Hauptrolle eher ne mit Shia LaBeouf da auch Downsyndrom keine Ahnung wie schwierig das ist oder so drehtechnisch und alles und so dürfte es ja auch nicht großes Problem sein aber ja wäre die Schwester gestorben und der Typ hätte sogar recht wäre auch geil gewesen oder nicht dann mit und alle wären draufgegangen nur unser unser Paul ja nicht ja ich fand auch irgendwann ein bisschen viele die da so unnötig draufgehen aber gut das war dann so Spaß am Ende ja das ist halt auch das was du sagst er nimmt sich dann irgendwie ernst und dann macht er doch wieder einen Spaß und macht es lustig also ich meine aber ehrlich gesagt diese ich glaube diese Randomness stört mich am meisten in diesem Film dass der einfach überhaupt nicht ich meine was haben dann bittet denn dieser Pastor und da seine Frau irgendwie sich da was hatten die denn für einen Masterplan die nehmen das Gold da aus diesem Grab tun es in die Kirche legen da auch noch eine Bibel rein dass jeder weiß dass es von denen ist was haben sie denn gedacht was passiert so das macht doch überhaupt gar keinen Sinn dieser Plan den sie da haben ja und so die brauchen es ja nicht ich war die mal alt jetzt ist das Gold ewig da irgendwann sind sie tot und dann nein aber ich meine wenn sie weißt du das ist ja die finden die Bibel in dem Grab und die wissen sofort wo das ist und das ist ja nur drei Meter weiter in der Kirche das ist also der bescheuertste Plan den jemals eine menschliche Person haben konnte so das Gold von A nach B transportieren und dann gefühlt nur 50 Meter so das ist ja total bescheuert dass da irgendeiner irgendwas dran geht oder so obwohl sie es hätten auch wieder denken müssen weil es halt Gold uns egal ne aber hätten sie die Bibel da nicht reingetan dann wäre es ja ein anderer Plan gewesen weißt du was ich meine das ist so denke ich mir ja das Drehbuch wollte es so das soll halt jetzt in der Kirche sein damit das Finale stattfinden kann aber das ist halt so alles so wenig es geht halt um nichts das ist einfach nur so eine generische Scheiße ja das um nichts geht und das ist echt wie gesagt keine Fallhöhe und keine Figuren mit denen du mitfieberst so richtig und so und alles das ist halt das Problem und keiner richtig cool ist alle nur so angedeutet und so Scherz nur ein bisschen verrückt ja Dörfler ist halt der sauharte Hund als Gegner aber irgendwie ist da auch weil das Drehbuch einfach nichts hergibt auch kein einzigen kein einzigen Dialog den du gerne zuhörst oder wo du eine neue Erkenntnis gewinnst oder so null also das deswegen ist das von Tarantino ähm entfernter geht's gar nicht jetzt wenn man den wieder als Beispiel als Extrem und so man muss ja nicht mal Tarantino mäßig drauf sein um das jetzt da äh spannender zu erzählen also deswegen der hat mich eigentlich der ist jetzt nicht der ist halt nicht scheiße der Film aber ist auch schon langweilig halt du guckst ihn so an und der ist halt so richtig lang eigentlich ist es genau die generische Netflix-Scheiße wie immer so nur dass es ein Deutsch jetzt gemacht hat und ein Nazi-Star verbüllt werden so die 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 Grundidee halt so ein bisschen so crazy ist aber da ist die Sue halt konsequenter da hast du einfach nicht gesehen ne ja aber ich denke mir halt so wenn man denn äh einen Western in einem in einem Nazi-Setup machen möchte aber da muss man ja auch irgendwie sich mal angucken was die Struktur von so einem klassischen Western ist das ist ja doch meistens wenn ich jetzt an ähm hier äh Clint Eastwood denke und so der kommt halt in so eine Stadt als Fremder also die Bösewichter wissen nicht wie der eigentlich drauf ist der arbeitet mal für den mal für den er spielt sie gegeneinander aus der ist so quasi so eine dritte Gewaltin plötzlich in der Stadt und hat da irgendwie so einen Plan den du ganz lange nicht so durchschaust und das macht halt so ein bisschen die Spannung aus und so und das hast du hier ja einfach nicht dieser Typ ist ja erstmal kennen sie ihn äh der wird halt nur gejagt ähm und dann wollen sie random irgendwie Gold was da in der Stadt ist also es ist halt einfach so nichts also dieser Typ hat überhaupt gar keine Agenda der hat keine der kann gar keinen Plan schmieden der kann niemand gegeneinander ausspielen da ist halt nichts drin was ich sag mal die großen Vorbilder irgendwie interessant macht ähm ne deswegen das ist auch so da ist einfach nichts was ihn zieht und man ich glaube dass da viele nicht mal wissen äh wieso also die den gucken jetzt auch ne dass die den auch nicht so toll finden und gar nicht aber dann doch wieder okay irgendwie ja da wurden so und so wenn sie nacherzählen dann erzählen so ein paar heftige Szenen da war es so okay wenn sie in Erinnerung geblieben sind ey du hast mir gestern irgendwas erzählt von einem Schauspieler der irgendwas macht als wir dann die die Zeit heute ausgemacht haben was war das nochmal der ist irgendwie im Sport irgendwas oder so ach ja hier unser unser Hauptdarsteller der war mal Robert Maas Grünrad Weltmeister was ist das was für ein Ding das ist so ne ich glaube ich weiß nicht ob das offiziell zu Gymnastik zählt das sind weißt du diese 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 Räder die sind so ein bisschen tief und die haben an den Seiten so da kannst du mit den Händen festhalten und du bist in der Mitte drin und drehst da und machst da drin so Gymnastik und so weißt du boah das du rollst damit durch den Raum ja das ist so ein crazy ist das dreidimensionales musst du mal googeln man sieht auch bei YouTube so 10 Jahre alte Videos wie gesagt der ist Weltmeister da gibt es total viele Mitschnitte wo er in so einem Rad sich dreht und da echt crazy stuff macht ja ja das das habe ich schon mal gesehen und so ach und das hat er echt der ist der Weltmeister wie witzig das ist ja echt wie witzig Robert Maser glaube ich heißt er wie witzig okay das müssen wir nachher müssen wir ein Video angucken hier können die zu Höris auch sich angucken genau ich wusste auch nicht dass das Röhnrad heißt ich habe das schon mal gesehen aber das war mir nicht bekannt richtig lustig also okay jetzt habe ich auch so Bilder von dem der sieht aus auch wie der sieht am Turn aus aber ist doch ich finde das aber wie gesagt ganz cool dass sie da jemanden mal genommen haben der auch ein bisschen körperlich also wie gesagt inhaltlich glaube ich wäre die Physis nicht so cool gewesen aber ich glaube für die Action bringt das schon was dass man da so einen Typ mal hat der auch ein bisschen was kann so ja das wirkt auch so das wirkt auch das kommt gut rüber wenigstens weil das ja auch mal eine Schwierigkeit ist in Deutschland gefühlt wie so auch immer Action also keine Ahnung also nur normale Plügerei so ein Schlag schon da denkst du schon okay das ist Deutschland das ist bei sowas schon ich weiß nicht wieso aber das zum Beispiel der Kampf zwischen ihm und halt unserem Dörfler dem Kräftigen und der Ärmer sind so gegen Ende ey das war wieder nicht gut und langweilig also da war wieder so keine Idee hinter ich nehme den ich werfe den da hin und dann nochmal werfen und so das war ich weiß nicht da hat wieder so Style gefehlt das war wieder so mit Kühlig wie alles so ja also was mich glaube ich wirklich irgendwann nervt ist wenn man unseren Helden so mal trittiert dass der sich einfach auch gar nicht mehr bewegen kann und für mich war ja das Finale eigentlich mit dem Dörfler ja die die ältere Dame die den ja quasi wie auf der Schweinejagd was sie noch sagt irgendwie umbringt ja auf einmal ich meine er steht dann nochmal auf so Freddy Krueger lässt grüßen oder Jason Voorhees oder so aber ähm das war das war für mich das das eigentliche Finale und dann denke ich mir nee diesen Moment musst du halt unserem Helden geben und nicht irgendeiner random Person aus der zweiten Reihe so ja weil die hatten wir auch nur kennengelernt so ein bisschen aber auch nichts so dass du mit der sagst so ja jetzt und so ne das ist die Genugtuung aber die war halt gar nicht da klar er hat dann nochmal da war das war sie das da nochmal Elsa die das Gold in die Fresse gehauen hat nee das war er nochmal das war er das war aber so sein allerletztes Aufbäumen nachdem er da gefühlt irgendwie 10 Minuten regungslos auf dem Boden lag und nichts machen konnte ja das war auch so ein Ding das haben sie hätten sie noch ein bisschen mehr betonen können dass er jedes Mal aufsteht und nichts also das haben sie schon gut gemacht aber sie hätten sie ein bisschen mehr machen sollen aber weil du sagst gerade aufstehen wie so ein Horrorfilm als Elsa da ja nachts aufsteht um die Tablette das wie heißt Zylankadi da zu nehmen ne ja dann sieht man im Hintergrund und ja wie unser unser Scher auf einmal so wirklich wie so aufsteht und so im Bett das war so ein bisschen horrormäßig das sah ganz gut aus oder so was machst du da ja aber auch das war ja kein richtiger Suspensmoment ich glaube es sollte einer sein ja das sollte einer sein und ich hatte das auch ich finde halt das funktioniert nicht das ist so überleg mal sie ist da bei dem so viele mehr Filme wo ich wirklich mitfieber denke ich denke so ah nee nicht bewegen nicht atmen und hier ist es so so eine abgefilmte Szene und das funktioniert nicht das ist halt bei allem so diese Standards und man hat sich nirgendwo wirklich Gedanken gemacht gefühlt und so und das bei 60 fucking Drehtagen und so hatten die ich meine du weißt das auch du bist ja in Deutschland drehst ja öfters und so dass es echt mega lang ist für Deutschland und so bei 60 Tage schon da kann man ich glaube also in so einem Harry Potter dreht man drei Monate also 60 Tage ist da schon ordentlich ey nicht dass sie jetzt 30 waren aber egal komm nee 30 kann ich mir nicht vorstellen dafür ist das Ding schon aufwendig nee da waren es 60 dann würde ich jetzt gar nicht ich sag mal so ein normaler Tatort oder so waren immer so 24 Tage oder sowas weil er sagt das ist ungewöhnlich Peter Torwart und so und das ist schon heftig und so aber sie haben wirklich sehr storyboardlastig gedreht also die haben null übrig quasi Material weißt du also nichts und so ja du kannst es ja hochrechnen wenn du 60 Tage hast und ich sag mal du drehst für Kino irgendwie vielleicht zweieinhalb Minuten dann bist du so bei etwas über 120 Minuten ja gut so lange war der Film nicht aber so zwei Minuten Drehzeit dann bei Action Sachen ist schon ist schon realistisch also okay passt ja das ist halt und das fühlt sich aber dann alles die Szenen halt ne nicht innovativ nicht spielerisch auch nicht dass du sagst jetzt so eine Szene da im Bett dass du dann ein bisschen was verrücktes machst oder so ne deine Perspektive irgendwie oder so oder nah bei ihr bist oder ist nur so ganz klassischer Aufbau spannend aber da war sie man erschläft dieses typische du stehst was jeder auch mitfühlen kann eigentlich ne so dieses man steht auf und will vielleicht den der andere der im Bett liegt nicht wecken oder so das hatten wir alle schon mal die Situation denke ich jedenfalls ne und dass da so ein bisschen so ein Nervengez was schon drin ist weißt du für sich und da das kriegt ja nicht mal hin so normal wo der böseste Feind daneben an ist und sie will den umbringen und will was verboten machen ja aber ich glaube da ist schon die Bedrohung so daneben wie gesagt der ist ja immer so total weird und dann kommt er plötzlich mit dem Ring der sich noch aus dem Auge pult und da denkt man sich okay das ist so irgendwie irgendwie weird und dann geschieht da ihr seine Liebe und plötzlich liegen die nebeneinander im Bett als wären sie so seit Jahren verheiratet und man denkt sich so war jetzt jetzt war noch nicht mehr irgendwie übergriffig an dem Abend oder weißt du da hätte man allein diese Situation dass die viele obwohl sie was anderes irgendwie denken dass sie sich nur ins Bett legen das hätte man alles noch so awkward Momente irgendwie machen können und stattdessen liegen die da einfach nur und man denkt sich okay das ist es jetzt das ist jetzt so der Suspense Moment dass sie versucht da irgendwie jetzt zu entkommen obwohl die Situation selber ja so viel so viel hergegeben hätte so ihm da ausgeliefert zu sein und dieser Film macht da nichts draus und das ist so symptomatisch für diesen ganzen Film ja richtig gesagt also das ist wirklich dann ja ich bin voll bei dir okay wir mochten den beide nicht okay krass ey muss man echt sagen das ist schon und das ist wieder schade auf der anderen Seite freue ich mich natürlich dass sowas ein bisschen in der Richtung Netflix da immer greenlightet und eben deutscher machen kann aber im Moment ist es auch nur Peter Torwart gefühlt also der jetzt da zwei Sachen gemacht hat die so in die Richtung gehen irgendwie da wäre mal cool wenn noch ein bisschen was vielleicht dann doch so neue junge Regisseure oder so vielleicht an den Start gehen was machen können was cool ist wirklich ich weiß halt nicht also ich weiß eine Zeit lang wo so Netflix und Amazon immer so als als großer Halsbringer des Genrefilms irgendwie bezeichnet mittlerweile glaube ich dass solche Strukturen durchaus auch von Netflix gewünscht sind weil man einfach jederzeit einsteigen kann und es einfach egal ist dass die letzte Stunde passierte dass so eine Art von Filmen die gerade so ein bisschen stumpf sind und so da auch relativ dankbar sind für die und die eigentlich gar nicht den Anspruch haben bessere Filme zu machen habe ich so die Vermutung es ist auf der anderen Seite nicht dieser Fernseheffekt okay das war ja auch so das wäre fürs Fernsehen zum Beispiel wichtig gewesen weil das es läuft immer zum festen Zeitpunkt und du kommst nach Hause machst den Fernseher an und dann läuft gerade wird dieser Film laufen wäre kein Problem jetzt ist es kein Fernseher das ist ein Netflix aber die sind jetzt so drauf aus dass man sagt so sagen wir mal eine Person kommt dazu okay ne sowas aber das andere Szenario ist einfach so ich kann währenddessen halt echt ein Second Screen haben kann dabei was anderes machen und habe kein Problem wenn ich dann doch wieder Aufmerksamkeit bin da zu folgen das ist halt das Traurige was du meinst auch so ne dass das dafür gemacht ist ja weil ich muss sagen ich habe gerade versucht Fuba zu gucken auch auf Netflix habe ich die erste Folge ist jetzt auch nicht besser also es ist ne aber das ist ja eine normale Standardserie so oder die ist so gemacht wie diese 80er 90er Serien so total flach und wir haben so oder das ist doch ja ja ich mag Arnie aber inhaltlich war das auch echt ja aber das ist ja nochmal nochmal das ist wirklich so Standardzeug Serie ich weiß nicht ob die dann ob die jemand als Arnie Fan überhaupt ne wenn dann gucken sie die aus Nostalgie oder so oder aber die gibt ja gar nichts das ist ja diese normalen Dinge das ist ja nicht mal so eine neue Serie wo du sagst das ist ja nicht Tulsa King der hat ja wenigstens noch so ein rotes Ding und so ein bisschen besser produziert und so ne das ist ja wirklich so richtig Soap Opera ne außer vom Style ja und vom Aussehen ne da kann man natürlich traurig sein oder keine Ahnung ja es ist halt viel so naja aber hast du mal in letzter Zeit irgendwas irgendwas spannendes aus dem deutschen Genre gesehen ey ich gucke ja kaum was ne ich meine in den letzten 10 Jahren war es vielleicht echt diese zwei Peter-Torbert-Filme ne ach Quatsch stimmt ja gar nicht ich hab ja diesen mit diesem kleinen E.T. da gesehen der Nachtmar Nachtmar hab ich gesehen den fand ich okay dann hab ich gesehen diesen anderen der auf 16mm gedreht wurde dieser ganz kurz wie ist der nochmal so ein bisschen Horror-Mystery-mäßig ich weiß mehr weißt du auch nicht ne du meinst aber nicht das wo sie eine Zeit lang denken dass irgendjemand in einem Auto ist und ja genau genau das oh Gott das war auch zäh ne Lutz ach Luz Luz genau das war ja spanischer Name so komisch auch wieder Luzifer ja Licht ach den fand ich ganz interessant den fand ich ganz cool von der Atmo her weil der einfach so crazy war langweilig du fandst ja langweilig ja furchtbar belanglos ok also wie so ein du magst also keine deutschen Filme doch ich also ich hab überhaupt nicht das also ich mag die also auch der Nachtmar fand ich eine herbe Enttäuschung ich find diese Puppets so cool und ich habe den Film ich hab gedacht ich würde den lieben weil ich eigentlich dieses aber das Drehbuch find ich eine Katastrophe leider also ich finde da sind die richtigen Zutaten drin aber leider ne überhaupt nicht meins ja ist halt so das Ding ich glaub ich fand den Bunker ok aber da musste man auch nochmal gucken wie der sich gehalten hat mein Problem ist dass man das manchmal verklärt also auch diese Aussage ja für einen deutschen Film ganz gut denke ich mir manchmal was heißt denn das eigentlich das ist doch nicht weil man den Film wirklich gut findet sondern weil man irgendwie auch den Wunsch hat dass mal ein deutscher Genre Film irgendwie gut ist oder besser ist ja das ist so ein bisschen so der Junge kriegt immer eine 6 und so in Mathe und so und dann hat er mal eine 5 und man sagt so ey gut für dich so aber das ist immer noch scheiße ey guck mal jetzt ist mir noch du hast jetzt gesagt okay im Westen nichts Neues haben wir natürlich einen Vertreter jetzt der so Oscarmäßig voll dabei war und auch 2 in Weltkrieg spielt den hast du wahrscheinlich gesehen oder? ne hab ich noch nicht ach den hast du nicht geguckt den mochte ich ja auch nicht ich fand es noch schlimmer dass der einen Oscar gekriegt hat und so und das alles wieder und so und überhaupt dass den alle so gut finden und so den fand ich auch so okay und so und ich finde das Original natürlich tausendmal besser äh okay hast du noch nicht gesehen kann ich drüber sprechen aber es ist mir gerade einer eingefallen den ich gut fand ja den wirst du wieder hassen wahrscheinlich der heißt äh Ebbe und Flut oder so ach wie heißt der nochmal The Tide der war auch so ein Ding so von zwei Filmhochschulen die sich zusammengetan haben dann irgendwie ähm ach jetzt muss ich den so muss ich den wie ich weiß mal wie der hieß ey den hab ich nämlich bei dem Bewegt mit bei Nause mitgebracht und der hatte so ein bisschen was in Richtung ja das ist immer so doof wieder wenn er sagt Christopher Nolan Vibe so gehen so in Richtung vom Fühl von Musik und so ein bisschen Bilder so Interstellar Richtung und so und den fand ich ganz cool die sind da an der Nordsee Ostsee irgendwo so ein fiktiver Ort und dort sind alle Kinder verschwunden und halt auch äh es ist nur Ebbe die ganze Zeit ist nicht mehr da aber das Dorf die sind da noch im Start aber das Militär umzäunt und alles ne keiner ist mehr da und so ein Wissenschaftler Junge der das halt erforscht und so physikalisch und so der geht ja nah hin und will das erforschen was da los ist ne das und der ist halt ganz interessant fotografiert und irgendwie besonders und bringt so ein bisschen was rüber der verliert sich am Ende so ein bisschen äh wird ein bisschen langweiliger ist aber kurz und knackig den kannst du mal gucken du kannst dich über den aufregen okay der klingt jetzt zumindest vom vom Setup ganz nicht ganz uninteressant ne es gibt manchmal so Filme ich kann mich erinnern irgendwann mal so was gesehen zu haben wie der letzte Angestellte das war glaube ich so ein kleines Fernsehspiel effekte lustigerweise Olaf Ittenbach oh der war interessant das war eigentlich so ein Geisterfilm über irgendeine ich glaube eine Büroangestellte die ja wirklich die letzte Angestellte ist in so einem so einem Büro halt in so einem Großraumbüro und das fand ich irgendwie vom Setting ganz gut weil der Film nicht so viel wollte und das aber ganz gut gemacht hat ja merke ich es mir deswegen schau ich mir an und ja gelegentlich sind da also es gibt das schon man muss die halt finden so ja muss man gucken aber ich habe so einen Eindruck sobald die gehypt werden dann bin ich da nicht mehr dabei ja ist auch so ein Ding ich denke mir so das ist so das sind jetzt nicht unbedingt die wirklichen Perlen die dann nach oben gespült werden sondern irgendwie so mehr die die Dinger die dann vielleicht auf so einem Festival noch halbwegs gut funktionieren weil sie halt relativ viel Budget haben so wie der hier aber ja inhaltlich finde ich ist hier zum Beispiel nichts zu holen also ich habe ihn jetzt gefunden von 2016 Sci-Fi Mystery Wir sind die Flut heißt der und der ist gehört habe ich von dem Prime Videos der zu sehen ist ja gratis kann man sich und der läuft nur eine Stunde 25 das Beste daran nur 85 Minuten ja ich meine der Sophia Coppola Film die wir gestern geguckt haben der ging auch nur 90 Minuten der fühlte sich aber an wie zweieinhalb Stunden also okay der muss ich nochmal gucken jetzt aber bin ich auch gespannt jetzt von Sebastian Hilger ist der Film weiß ja ob man den kennt sagt man gar nichts naja wahrscheinlich nicht hat auch nicht mehr wirklich was gemacht danach was war das war okay jetzt haben wir keinen guten deutschen Film Bang Boom Bang mochtest du ja das hast du ja gesagt aber schon lange her sowas aber so ein Job ich glaube ich war mehr was nicht passt mochte ich glaube ich ein bisschen lieber als Bang Boom Bang ich glaube das ist auch so eine Art von Humor ich finde ein paar Gags gut also ich weiß bei Bang Boom Bang gibt es in einem Moment wo sie irgendwie ins Auto steigen die Kamera geht irgendwie vorweg und sie rollen da irgendwie gefühlt 30 Meter dann steigen sie aus und gehen in die Videothek und einer von den beiden meint so hätten wir auch laufen können ja das ist uns gut guter Gag aber ich finde auch bei voll normal das ist lustig wenn er irgendwie Mallorca ist und sagt endlich normale Leute ich glaube der Rest des Films ist scheiße das ist einfach ein guter Gag also was wir mal machen der bleibt im Gedächtnis okay na gut ey aber ja falls euch da draußen welche einfallen gute deutsche Filme hier gab es wenig One-Liner by the way was One-Liner? hier gab es wenig lustige One-Liner in diesem Film hier nee gar nicht ne so geil also gut da können wir auch wieder vorhalten können natürlich aber nur gebratene Nazis sind gute Nazis gab es nicht nee sowas gab es nicht irgendwie das hätte jetzt zu einem Film eigentlich gepasst mehr oder weniger aber ja wie gesagt zuhörige falls die da irgendwas haben sollen sie Kommentare schreiben einen coolen deutschen Film besonders wenn es so ein Gendorfilm ist oder so irgendwo gibt es immer was ja empfiehlt man was aber nicht so die üblichen Verdächtigen die kennt man alle schon schon so 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 kleine Filme von denen man noch nie was gehört hat wie der letzte Angestellte dafür wäre ich ja letztes Angestellte hast du ja gesagt ich hab noch einen da fällt mir schon wieder der Titel nicht ein schreibe ich dir das ist ein Mädchen das ist so eine Coming-of-Edge-Geschichte und sie verwandelt sich langsam in so einen Fisch kriegt so Schuppen und so und da steht dann so ein bisschen so so Horror-Online Ekel und der ist gut da spielt dieses Mädchen mit was nehme ich ey darüber komme ich jetzt drauf das schönste Mädchen der Welt ist die das gewesen? kennst du den Film? den fand ich schön das ist so ein aber nicht der Undine oder? von Petside? doch den meine ich nee den meine ich nicht nein Blu-ray liegt hier aber ich glaube das ist eher was anderes mit Luna Wedler war das nee Bluma Mind heißt der Bluma Mind okay auch nie gehört der kann man bei bei Join sehen sehe ich gerade und bei Prime ist von 2018 von Lisa Brühlmann und das hat diese Luna Wedler dabei und der war auch cool 1.37 so ein Genre der hat mir gefallen 15 Jahre als Mädchen die komische Veränderung und so bla bla so ein Metapher halt wachsen werden coming of age so ein bisschen horrormäßig so ein bisschen Buddy-Horror so leicht so drin ja guck den gut ja dann Christian dann schaltet bei Christian ein abonnieren natürlich genau Filme-zum-dessert.de einfach mal drauf gucken lauschen auf Spotify bewerten bald hast du ja deine 100-jährige Folge ne die kommt ja bald deine 100-jährige Folge genau ich glaube ich offiziell bei 98 heute kommt dann noch die 99 die jetzt auch schon ein paar Tage da rumliegt ja ich glaube andere hätten die 100 irgendwie in anderthalb Jahren voll gemacht bei uns hat es irgendwie 3 Jahre gedauert aber ich habe halt auch andere Dinge vor also alles cool aber dafür bleiben wir dran ne Quantität ist egal Qualität zählt und man freut sich über jede Folge irgendwann ist man ja auch ausgelockt ne gar nicht wer weiß das grazie Christian dann danke fürs Zuhören und ja schön hier gewesen zu sein auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal 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 ARD Text im Auftrag von Funk